Rusowa ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 9 Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums von Degin und gehört zum Okres Degin. Geografie Rusowa befindet sich im rechtsselbischen Teil der böhmischen Schweiz auf einer Hochebene am Oberlauf des Solze wie Podok. Nördlich liegt das Felsenteil der Kämnays mit der Edmund Klamm und Wilden Klamm. Im Osten erhebt sich der Pastefny V.E.C.H., südöstlich der Rusowski V.E.C.H., im Süden der Kovaruf Kopec und Petrin. Südwestlich der Arnoldteki V.E.C.H. sowie im Nordwesten der Janowski V.E.C.H. Nachbarorte sind Hajenki und Metzner im Norden, Mesniluka im Nordosten, Kamenikastran im Osten, SRB Skar Kämnays im Südosten, Nova Oleska und Hantirov im Süden, Novi Svet, Kamen und Beinovec im Südwesten, Arnoldes im Westen sowie Janow im Nordwesten, Geschichte. Das zweireihige Waldhufendorf wurde wahrscheinlich zum Ende des 12. Jahrhunderts an der von Budissim nach Tetschen führenden Böhmerstraße durch die Herren von Michelsberg auf Schafenstein gegründet. Die erste schriftliche Erwähnung der Pfarrer Rossendorf erfolgte 1352 in päpstlichen Zehntregistern. 1407 erwarben die Bergen von Dub die Herrschaft und 1450 folgte Johann von Wartenberg. Nikolaus III, TRCKA von Lipa, der die ganzen Ländereien der Wartenberger 1511 für 60.000 Schockgroschen gekauft hatte, veräußerte sie bereits 1515 zu einem um 10.000 Schock höheren Preis an Hans von Seilhausen auf Ehlen. 1522 teilte Hans den Besitz mit seinen Brüdern Friedrich und Wolf von Seilhausen. Rosendorf und seine Umgebung erhielt Friedrich, der sich in Bensen ein neues Schloss errichten ließ. Wolf von Seilhausen erhielt seinen Anteil ausgezahlt. Der durch den Schlossbau in finanzielle Nöte Gerathiner Friedrich von Seilhausen verpfändete seine Herrschaft 1545 an seine Brüder Hans und Nikolaus, denen er 2600 Schock schuldete. Nach Friedrichs Tod wurde ein 1562 DK Sekunden Erbe von seinen Söhnen Hans und Friedrich geteilt. Rosendorf gehörte zum Erbteil Hans von Seilhausens. 1562 erhielt Rosendorfer den ersten evangelischen Pfarrer. 1575 brach unter den Herren von Seilhausen ein Erbstreit aus, der bis 1583 andauerte. Ab 1594 wechselten sich die Herren von Hagen, Seilhausen und Starrschädel als Besitzer ab. 1612 kaufte Johann von Wartenberg auf Kamnitz die Herrschaft, der zwei Jahre später seine Gesandtenbesitzungen an Ratzlaw Kinski veräußerte. Ihm folgte ab 1619 sein Neffe Wilhelm Kinski. 1635 erbte dessen Neffe Johann Oktavian Kinski Kamnitz. Bensen mit Rosendorf und Binsdorf erhielt dagegen der kaiserliche Feldmarschall Johann von Aldring geschenkt. Seine Eben teilten 1644 den Besitz dabei viel Bensen samt Zubehör seiner Schwester Anna Maria, verheiratete Clary zu. 1647 wurde Rosendorf im Zuge der Rekatholisierung als Filiale an die Pfarrmarie Himmelfahrt in Arnsdorf angeschlossen. 1653 erfolgte eine Teilung der Bensener Herrschaft unter der Familie Clary-Aldringen, wobei die vier Herrschaften Bensen, Binsdorf, Rosendorf und Hohenleipi entstanden. Rosendorf fiel dabei Marie Elisabeth Clary-Aldringen zu. Die Bernierula von 1654 weist für Rosendorf 45 Anwesen aus. 1683 schloss Carl Clary-Aldringen die Herrschaft Rosendorf an Binsdorf an. Zwischen 1710 und 1712 ließ Franz Carl Clary-Aldringen die alte Kirche abtragen und durch einen barocken Neubau ersetzen. 1713 bestand Rosendorf aus 76 Häusern. Im Jahre 1786 wurde in Rosendorf wieder eine Pfarre eingerichtet, zu deren Sprengel auch Stimm-Meersdorf, Rheinwiese, Kamnitz-Leiten sowie die Einschichten Grundmühle und Edmunds-Klamm gehörten. Am Nordhang des Hutberges entstand 1786 die Ansiedlung Neudörfel. 1789 folgten 20 Familien aus Rosendorfe dem Ruf des Zasslauer Kreishauptmanns Karl von Lieben und gründeten in den Saarerbergen auf den Fluren des Klosterhofes Karlshof die Familiantensiedlung Liebensdorf. 1833 lebten in den 216 Häusern von Rosendorf 1386 Menschen. Die 23 Häuser von Neudörfel wurden von 151 Personen bewohnt. Im 19. Jahrhundert entstand am südwestlichen Fuße des Petersberges die Ansiedlung auf der Neuen Welt. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Rosendorf ab 1850 mit den Ortsteilen Neuwelt, Neudörfel, Kamnitz-Leiten und Grundmühle eine politische Gemeinde in der Bezirkshauptmannschaft Tetschen, Degin. Unter Edmund Moritz, Fürst von Clary und Aldringen, der die Herrschaft Binzdorf 1831 geerbt hatte, begann die touristische Erschließung der böhmischen Schweiz, insbesondere des Präbitores und der Kamnitz-Klammen. 1860 hatte Rosendorf 1657 Einwohner, danach erfolgte durch Abwanderung in Fabrikstandorte ein Bevölkerungsrückgang. Am Gut Zimsberg wurde 1862 am früheren Standort des Galgens ein evangelischer Friedhof angelegt. Zwei Jahre später entstand die im neoromanischen Stil erbaute evangelische Kirche St. Wenzel, sie wurde 1875 zur Pfarrkirche erhoben. Ab 1876 bildete Kamnitz-Leiten mit der Grundmühle eine eigene politische Gemeinde. 1881 ließ Edmund von Clary und Aldringen auf dem Rosenberg einen Aussichtsturm errichten und am 4. Mai 1890 eröffnete auf dem Berg ein Gasthaus. 1896 wurde an die evangelische Kirche eine theologische Schule angebaut. Zwischen 1920 und 1923 gingen die Güter der Fürsten Clary und Aldringen schrittweise an den Staat über. Die Gemeinde Rosendorf hatte im Jahre 1930 1335 Einwohner. Die theologische Schule stellte 1937 den Unterricht ein. Nach dem Münchner Abkommen wurde Rosendorf 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und gehörte bis 1945 zum Landkreis Tetzchen. Ab 1943 Tetzchen-Bodenbach lebten in der Gemeinde 1245 Menschen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam Rosendorf zur Tschechoslowakei zurück. Die deutschen Bewohner wurden bis 1946 vertrieben und der Ort 1947 in Rosowa umbenannt. Die evangelische Kirche ging an die tschechoslowakische Hussitische Kirche über. 1947 wurde das aus 46 Häusern bestehende Dorf Kamenikastran einschließlich der drei Häuser in Dolzki M.L.Y.N. eingemeindet. Die Ansiedlungen Dolzki M.L.Y.N. und Nova V.E.S. erloschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1960 erfolgte die Eingemeindung von Jarnow. In den 1960er Jahren wurde die evangelische Kirche zum Kino und die Kirchenschule zum Wohnhaus umgebaut. 1980 wurde Rosowa nach Arnoldis eingemeindet. Am 1. August 1988 brannte die katholische Kirche aus. Seit 1990 besteht die Gemeinde Rosowa wieder. Zwischen 1990 und 2000 erfolgte eine Rekonstruktion der Kirche St. Peter und Paul. Gemeindegliederung Die Gemeinde Rosowa besteht aus den Ortsteilen Kamenikastran und Rosowa, die zugleich auch Katastralbezirke bilden. Zu Rosowa gehört außerdem die Einschicht Noviswet. Auf dem Gemeindegebiet liegen die Wüstungen Nova V.E.S. und Dolzki M.L.Y.N. Sehenswürdigkeiten Katholische Kirche St. Peter und Paul errichtet 1710 bis 1712. Im Innern befanden sich zehn große Gemälde, die Z.T. von Peter Johann Brandl geschaffen wurden. Nach dem Brand von 1988 wurde sie wieder aufgebaut und 2000 wieder geweiht. Holländer Windmühle am Petrin errichtet 1878 südlich des Dorfes. Umgebindehäuser und böhmische Blockhäuser. Teil der Kamnitz mit Kamnitzklamm. Basaltkegel des Husowski V.E.S.H. Ruine der Dolzki M.L.Y.N. mit Wehranlage im Kamnitzdal. Söhne und Töchter der Gemeinde. Franz Xaver Kleinpeter, Direktor der Witkowitzer Eisenwerke und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Josef Bendel, österreichischer Volkskündler und Dramatiker. Franz Beutel, tschechoslowakischer Sozialpolitiker und Parlamentsabgeordneter. Sonstige Personen, die mit der Gemeinde verbunden waren. Walter Buhr, deutscher Maler und Grafiker.